Ja, ähnlich wie bei den Großen, das Warmmachen individuell. Die Erholungsphasen in der Pause natürlich genauso. Ja, und wir begrüßen die jungen Stars von morgen hier auf dem Spielfeld. Hier oben, wo wir die Technikübungen gemacht haben, das ist das Champions League Spielfeld. Das ist sozusagen das Hauptspielfeld. Ganz zwischendurch kann sich jeder Mann hier auch mal machen. Ah, ruhig, geh weiter. Hier in der Mitte, hier noch das Spielfeld.